Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Ja, hallo, auch von mir. Der Gemeinde Franz ist immer noch dabei und heute werden wir ein bisschen Inneneinrichtung machen, ein bisschen Innenausstattung. Ja, was hast du denn da dann gedacht? Ich hab bisher eigentlich noch gar nichts gedacht. Äh, ich wollte mir erstmal nochmal angucken, wie viele Etagen wir überhaupt hier haben. Okay, also wir haben die hier. Ich mach da oben jetzt erstmal eine Decke rein, sonst hüpft uns die ganze Zeit so ein mistiges Vieh auf dem Kopf. Ja, das ist eine gute Idee, dann machen wir erstmal eine Decke rein. Wie kommt man überhaupt da hoch? Hier. Ach ja. Das ist so ein Ding, das nennt sich Treppe. Die kann man verwenden, um hochzugehen. So, hast du denn Holz dabei? Äh, aber nicht, ja, Fichtenholz. Ja, ne, schade. Ja, dann... Schotte! Schotte! Moment, ich muss... Ups. Muss man eben mein Mikrofon ein bissl anders machen. So. Dann, äh, besorge ich einfach mal ein bisschen Eichenholz. Komm, ja, ja. Und dann kleinwässer oben aus und dann gucken wir mal weiter. Hm. Wo gibt's denn hier Eichen? Das ist ne gute Frage, das weiß ich leider nicht. Das hat immer der... Der Dank C2 geholt. Ach, ich geh einfach mal in irgendeine Richtung. Hast du ne... ne Axt? Ja. Ja, wunderbar. Ich, äh, geh auch mal in irgendeine Richtung. Oh ja, wenn man fliegen könnte, wäre das so viel einfacher. Ja, dafür gibt's ja die ganzen tollen Mods. Dass man sich dann irgendwelche Flugstäbe basteln kann oder Ausrüstung, wenn man fliegen kann. Wird's hell oder dunkel? Dunkel. Scheiße, ich geh nochmal zurück. Hoffentlich, ne, komm. YOLO. YOLO? Ah, ich seh dich da vorne, glaub ich, rumlochen. Ja gut, dann komm mit mir, wenn wir angegriffen werden, sind wir stärker. Du wirst jetzt sagen, äh, rausgegangen oder geradeaus? Ein bisschen nach links, ne? Äh, ja. Genau. Was ist das denn eigentlich für komische Pflanzen hier? Die gehen nur kaputt, wenn man die schlägt. Meinst du den Farren? Ja, dieses, ja, dieses weiße. Weiße? Also weiße Pflanzen. Sieht das aus wie fahren? Wo bist du gerade? Ja, hier. Ich seh dich nämlich nicht. Ich lauf auf den Mond zu. Und ich warte mein Wasser auf dich, Alter. Du läufst auf den Mond zu? Wo ist denn der scheiß Mond? Ah, da ist der Mond. Bis du an so einen Fluss kommst. In den Fluss schwimm ich. Boah, die ganze Zeit hab ich jetzt ein Ohr von diesem blöden Helene-Fischer-Lied, ne? Seit gestern. Seit gestern. Oder vorgestern, ich weiß es nicht. Ja, gestern. Ach, da bist du ja. Ähm. Ja, ja, ordert. Wenn du ein Superheld wärst. Ja. Was würdest du dann für, für Kräfte haben wollen? Du kannst ruhig mehrere Kräfte haben. Die meisten Superheld, ja. Unsichtbar machen, find ich cool. Ja? Ja. Ja, und, äh... Ah, leck. Ja, bei mir auch gerade, total. Krass. Äh, unsichtbar einmal. Warum denn? Find ich einfach cool, wenn man irgendwann durch die Gegend laufen könnte und... Keiner sieht einen. Wuh! Ah, find ich toll. Spinne. Oh. Moment, ich muss irgendwas essen. Ja, ja. Ah, da war auch eine Spinne. Ah, die kann mich nicht angreifen, wenn ich ein Brot in der Hand hab. Wenn ich esse. Das ist dein Ding. Oh, wir haben die... Wir haben die Impa-Waffe. Ah, Mann. Meine Stimme verlässt mich. Ach, guck mal, hier gibt's Schweine und Hühne. Hm. Wir brauchen Eichenholz und hier sind Kürbisse. Habt ihr große Biome an, oder? Nee, eigentlich nicht. Oder, äh, ist ein Creeper. Boom. Äh, irgendwie... Gas, die, gas, die, gas, die, gas. Also, eigentlich... Müssen wir auch mal grad was essen. So. Gib Gas, hier sind die ganzen Zombies. Was hättest du noch gern für Superkräfte? Ähm, ne, fliegen. Ah, weih. Ja, bei diesen teuren Flugpreisen heutzutage. Kannst du ja noch auch in Superkraft, dass du, äh, Benzin oder so urinierst. Äh, ne. Find ich nicht so geil, irgendwie. Ja, was sind denn für Bäume? Das sind diese neuen Biome. Achtung, hier ist ne Hexe. Oh, ne, nicht dich schon wieder. Oh, die Hexe. Ja, warte, drei, zwei, eins, go. Oh, er hat mich natürlich direkt erwischt. Volle Funz, ey. Achtung, hinter die sind noch. Oh, wie nervig. Da sind so eine ganze Truppe von Zombies. Ja, ja. Wenn ich nicht einmal getroffen bin, bin ich tot. Ach, meine Güte. Oh, die sollen wir gegeben. Junge. Die sind echt... Aber jetzt auch mit dem, mit dem Ding kaputt machen? Nö. Nicht? Ne, die geht mit dieser... Was wird denn, was wird denn aus dem Holz? Wie heißt das Holz denn? Schwarzeichenholz. Schwarzeichenholz. Ja, die brauchen ja nicht. Ne. Oh. Oh. Moment, da will ich mal weg. Pils, ein großer Pils. Oh, das sagt. Pils. Hier sind Eichen. Eichen, also so... Eichen, also so... Eichen, also so... Eichen, also so... Buchen, also so... Wo ist eine Eiche? Ich hab' dir schon gefällt. Hier ist noch eine. Na ja. Ich werde jetzt erst mal auf den Baum, hier. Ich werde jetzt erst mal auf den Baum, hier. Ich werde jetzt erst mal auf den Baum, hier. So. Ohof. Boah! Aines. Tーんioaa, Paradex. Oha. Öh! Lass mich noch mal erwähnen! Ein Frieden... Wenn mal der Creeper kommt hier auf, woh. Ich hab' grad hier technische Probleme... Geh' grad hier technische, äh eh? Gibt es Probleme, das ich... Junge, Junge, Junge. Ich seh' nix. Ich bin hier auf'm Baum. Ich werde hier ganze Zeit von Zombies attackIIert... Bin auch gleich tot. Ich schieße dir so ein Sch... mich richtet hier auch ich richte ein Skelett zugrunde also wenn die Schwierigkeit ist das denn hier einfach oh Alter du bist denn gestorben im Aufbau das hat er oben, Alter du windest mich nicht, aber es sieht alles gleich aus wir schaffen ja viel in den Aufnahmen ich komme noch mal zu dir gesportet ich habe aber nichts zu essen, kacke also ich versuche mal hier das zu finden man sieht das ja eigentlich ganz gut ich war Hunger wahrscheinlich unterwegs bevor ich da bin also hier ist ein Setzling Hilfe war eine dumme Idee, danach auszugehen wo ist das denn hier ah, ich sehe deine Sachen na gut ich glaube da war so ein ganz heimtückisches Skelett hat mich abgeknallt ah, ja da war gerade mein Vater, der hat mich mal hier besucht in der Aufnahme schön noch eins hä, ich dachte ich hätte das runtergeschossen sag mal also ich bin bei deinen Sachen soll ich die mal einsammeln? wenn ihr hier, oder? ich komme, glaube ich, nicht bis dahin ich habe nämlich schon ganz viel Leben verloren wieder und kann bald wahrscheinlich nicht mehr sprinten und dann werde ich wahrscheinlich wieder abgeschossen von irgendeinem Vieh meinst du denn irgendwas ist runtergefallen? nee uah nein ho ab, cool oh oh ich habe hier echt oh scheiße scheiße, haut ab oh nein oh nein, oh nein nein, oh nein, oh nein oh fuck oh fuck das ist ein Bild das wird mein Thumbnail das wird mein Thumbnail warum, was ist das denn? sieht man da ein Daumen drauf, oder was? nein, die sind voll viele Zombies drängen mich gerade schon hier voll in die Ecke das ist echt die Invasion schlechthin aber ich überlebe Invasion hier World War Z oder was? ich glaube, ich laufe in die voll falsche Richtung weil ich kann schon nicht mehr sprinten und habe noch zwei Leben Orientierung, ja Mann, Franz orientierung ich bin im wald dahin ist glaube ich ein berg da also ich glaube falsch ich weiß es aber auch nicht mehr so und mann was ist das denn da muss jetzt aber mal was mich mal auf reden nein bitte lasst mich am leben ich will dahin wir wollten eigentlich das wollten wir auch aber wollten eigentlich eichenholz finden ist bei nacht eine super idee wer kommt bei nacht und nebel diesen enderman der komplein nacht und nebel es war nicht der herbert knebel und tod wird auch nicht noch ein leben und es wird auf mich geschossen ich bin jetzt gleich tot den moment bin ich tot hat oder nicht nur noch immer grüppel grüppel wo muss ich jetzt mein koordinaten kommen oder irgendwie überlebt bürgermeister fünftest wählen aber man ist das kacke ich bin nur am sterben heuer kacke und die ganze meine sonnhexe das wird er ist wird hell Aaaaaaaaaaaaahaaah Zez revolutionaires Oioio, oioio 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 Boah, ach du scheiße ist das hier im Wald echt? Da kannst du nicht überleben, das geht... uah Unschaffbar Nein Lass mich im Frieden Ich glaub ich bin in der richtigen Richtung immer nix Du hast meine Sachen, da muss ich mir nix neues Craften Ich sollte deine Sachen alle haben. Nein. Fuck, ich bin auch gleich tot. Ich komme dir nochmal entgegen. Los, renne, die Kacke. Ne, was essen? Ui, ui, ui. Wohl, jetzt könnte ich eigentlich wieder zurücklaufen, oder? Wie, zurücklaufen? Nein, jetzt komm erst mal zu mir, ich brauche Ausrüstung. Wo bist du denn? Ja, zu Hause. Zu Hause. Ich stehe hier auf so einem Berg, wenn ich dich sehe, komme ich zu dir gelaufen. Aber ich glaube, ich sehe dich nicht, weil überall Bäume. Was willst du denn für Superkräfte haben, sag mal? Ah ja, auch auf jeden Fall fliegen, stelle ich mir lustig vor. Und ich so, so unverletzlich bin. Unsichtbar, da kannst du immer schön spannen und so. Toll. Nein, das soll ich natürlich nicht machen. Wenn du fliegen kannst, kannst du auch irgendwie spannen in irgendeiner Art und Weise. Dann brichst du irgendwo ein, bist kurz am Spann. Und fliegst dann schnell wieder weg, wenn du entdeckt wirst. Schnell wegfliegen. Ja, aber ich stelle mir so Unverwundbarkeit oder so schon lustig vor. Also, dass du einfach keine Angst haben musst, durch physischen Schaden oder durch so Chemikalien oder Rauchvergiftung oder so zu sterben. Also, willst du in der Altersschwächter sterben? Irgendwann, finde ich, sollte man schon sterben. Nicht als Jugendlicher oder nicht als junger Erwachsener, aber ich finde, irgendwann ist es auch mal so vorbei. Das sind halt die Spielregeln, finde ich, vom Leben. Ja, das stimmt. Wenn man noch so jung ist, gerade am Anfang seines Lebens steht, da kann man das doch einfach so sagen. Aber ich glaube, wenn man so 60 ist, da sagt man das nicht mehr so einfach. Da ist die Hütte. Wunderbar. Oh, scheiße, jetzt bin ich gerade wieder weg von der Hütte. Warte, ich komme zurück. Ich habe doch gesagt, ich komme zurück. Oder auch so einen geilen Laserblick aus den Augen hätte ich auch gerne. Laser. Ja, oder keine Ahnung, wie man das nennt. Photonenstrahl oder so. Ich wollte erst mal wie so Fion sagen, aber dann ist mir irgendwie nicht ein Gegenstand eingefallen. Oder nicht eingefallen, was ein Fion ist. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Jetzt haben wir hier so tolles Holz, aber das bringt uns nix. Aber wir haben 30 von den Dingern. Vielleicht hilft das uns ja weiter. Also ich habe eine Eisenschaufel, ich habe das Ding. Leg mir mal alles in eine Kiste, lad ich das ja... Ich schmeiße das einfach alles hin. Ich glaube, wenn man zwei... Warum habt ihr denn so zwei verschiedene Häuser... Blocks gebaut, quasi? Wo ist da der Sinn? Dass die so nicht miteinander verbunden sind. Ich hatte auch noch was zu essen. Ja, danke. Hattest du noch irgendwas? Ja, eine Axt. Aber die schenke ich dir. Ne, ich habe selber eine. Da liegt sie. Da liegt sie. So, ich habe sechs und fünf Minuten, das sollte reichen. Ich glaube, das reicht erstmal aus, dass wir das auskleiden können. Oh nein, nur noch ungefähr eine Minute, dass wir das schnell auskleiden, dass wir wenigstens irgendwas geschafft haben in dieser Folge. Und nicht einfach sterben und sterben. Schaffe, 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 häusle baue. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, oben, da da. Ach da, ja. Schmeiß mir da bitte was hin. Du hast also nicht selber was? Du hast auch selber... Ach nee, du bist ja gestorben. Nee. Hä, Moment. Hä? Hä? Moment. Da gibt es ja auch 32 Stück. Nee, ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Aber ich dachte, wir hätten 56 Rohmaterial. Na, nee, nicht ganz. Ich musste ja auch abhauen, weil da waren irgendwie voll viele Hexen unterwegs. Und das war dann nicht mehr feierlich. Hey. Nix, ey. Wollendat. Wir haben was geschafft in der Folge. Dann, äh, bis zur nächsten. Titten Knebel war übrigens die Antwort. Was? Ja, egal. Tschüss. Tschüss.